Herr Lenz dreht heute durch die Stadt in einer blauen Hose und wer zwei junge Beine hat, springt Säff der Flur, springt Sonnenzart und kotzt sich bei den Nose. Dort, weiter und aus Gebenhaus, die Taschen voller Gaben, da ströcken sich die Hände aus, ein Männer möchte an den Strauß, heil für sein Wäde haben. Es schwulen wir auch einen Schatz, ein Wepperglas und Schüsse und auch wir rennen übern Platz, herrnatt, für ihre Muchennaht, ein Gönnein Hermanns Schüsse. Untertitelung des ZDF, 2020